Und wir befinden uns nun vor dem Frisiersalon Marianne und bei mir in der Sendung begrüße ich die Inhaberin Marianne Mayer. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Grüß Gott. Ihren Frisiersalon gibt es schon seit 25 Jahren mittlerweile. Was bieten Sie Ihren Kunden? Ja, wir bieten eigentlich Herren, Damen, Friseur, genauso Kinder auch bieten wir an. Wir machen alles, was an Dauerwelle, Farbe, Schnitte. Also wir sind immer geschult auf das Neueste und genauso, was die Trends immer anbelangt. Und Sie haben auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, ich habe vier Mitarbeiterinnen, davon einen Lehrling. Und jetzt haben Sie mir vor der Sendung erzählt, dass im Herbst eine Neuerung geplant ist, nämlich der Fußpflegesektor soll bei Ihnen entstehen. Was können Sie uns darüber schon erzählen? Ja, ich habe im heurigen Jahr die Ausbildung gemacht, dazu gemacht für Fußpflege. Und ab Herbst werden wir das mit einer Kabine anbieten. Das wird auch bei Ihnen im Salon stattfinden? Das wird im Salon stattfinden. Zum Schluss dann noch die Frage unserer Zuschauer zu Hause. Interessiert es natürlich, welche Trends gibt es jetzt im Sommer? Oder wenn man schon auf die Herbstsaison schaut, kann man da irgendwelche Trends ablesen? Der ganz große Trend für den Sommer waren die Blondtöne. Also nicht nur ein Blondtöne, sondern verschiedene Blondtöne auf Strähnenbasis aufgebaut. Kurzhaarschnitt, was wieder sehr stark im Herbst wird sein, werden die Brauntöne mit Blondt gemischt. Also persönliche Beratung gibt es dann auch bei Ihnen, typgerecht? Auf alle Fälle typgerecht. Und eben, was die neuesten Trends sind. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft. Danke. Und wir sind jetzt beim Installationsbetrieb Machl zu Gast. Und bei mir in der Sendung begrüße ich den Juniorchef Gerhard Machl. Gerhard, guten Morgen, herzlich willkommen. Grüß Gott. Wie lange gibt es euren Betrieb schon und wie lange bist du im Betrieb tätig? Unser Betrieb gibt es seit dem Jahr 2000 und ich bin von Anfang an schon dabei. Also dann hast du eigentlich schon Einblicke erlebt. Was macht ihr genau? Was sind eure Tätigkeitsbereiche? Wir sind Installateur, also im Gas-, Wasser-, Heizungsbereich. Und unser Spezialgebiet ist eher Solaranlagen. Was heißt das Solaranlagen? Was macht ihr da genau? Wir machen thermische Solaranlagen. Also das heißt mit Warmwasserbereitung oder Heizungsaufbereitung. Und wie kann man sich jetzt informieren? Wie läuft so ein Beratungsgespräch ab? Entweder telefonisch oder wir kommen direkt zu Ihnen nach Hause. Und dann, was Sie halt wollen, machen wir dann. Ihr seid jetzt aber nicht nur für den Privatkunden da, sondern auch im öffentlichen Bereich tätig, wenn man an Wartung denkt und so weiter. Was macht ihr alles? Ja, wir machen Reparaturen. Speziell bei uns ist ja zum Beispiel am Wochenende, kann immer was passieren. Wasserleitungsbruch oder sowas, da sind wir immer 24 Stunden bereit. Gut, dann wünschen wir alles Gute für die Zukunft und danke für das Gespräch. Bitte. Gut, dann wünschen wir alles Gute.